Schlau mal, ich bin's Traute. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, heute machen wir mal Geflügelsalat, weil den Hühnern geht so gut. Die wollen unbedingt, dass wir sie mal abschlachten und sie aus ihrem Leid befreien. Die wollen gar nicht mehr zu viert auf einem Quadratmeter am Gitterboden stehen und keine Flügel haben und bei lebendigem Leibe die Schnäbel abgeschnitten bekommen. Wollen die nicht mehr, wollten die mal sterben und da machen wir jetzt Geflügelsalat. Ich bin die Alte? Ja, nein, natürlich machen wir keinen Geflügelsalat. Wir machen hier heute einen Spargelsalat oder der wirklich schmeckt wie Geflügelsalat und zwar mehr oder weniger roh sogar. Also bis auf den Spargel, den haben wir wirklich leicht angedünstet und das Geflügel hier, das ist einfach Jackfruit. Das ist die Jackfrucht. Die Jackfrucht, das ist so eine große, tropische Frucht. Die ist wirklich so groß, aus der kann man, oder so glaube ich sogar, aus der könnte man für eine Kleinstadt einen Salat machen. Also nur um zu zeigen, wie effektiv diese Frucht ist. Also das ist wirklich toll und die hat, wenn man die so schneidet, die muss man allerdings halt kochen, dann hat die Abend ein bisschen die Konsistenz vom Fleisch und schmeckt wirklich wie Geflügelfleisch. Man kann daraus alles mögliche machen, Gulasch und so. Der Nachteil ist eben nur, sie ist ein bisschen faserig. Man hat eben keine großen Stücke, aber in meiner Erinnerung bei Geflügelsalat, da war das Fleisch auch ein bisschen faserig. Und es ist wirklich so, es schmeckt tatsächlich in diesem Salat genau wie Geflügelsalat. Und dafür, es tut mir leid, müssen die Wiener leider weiter leiden. Da müssen wir auf anderem Weg dafür sorgen, dass das ein Ende hat. Hiermit seid ihr auch alle dazu aufgerufen, daran mitzuhelfen. Gut, also was haben wir hier? Wir haben hier Spargelsalat, den haben wir leicht gedünstet. Ist ja eben schon so einen netten Biss, hat aber noch nicht ganz durchkocht ist. Erbsen sind drin, Pilze, rote Zwiebeln. Bei mir sind immer rote Zwiebeln drin. Dieses ha-ha-ha-ha-Fleisch. Zwiebeln drin. Schwarzenlaten drin. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020